hallo herzlich willkommen zu einem video auf mein kanal heute habe ich für euch die funke saturn raketen richtig richtig dicke kugelkopf raketen wir haben hier sechs stück enthalten richtig richtig dick richtig schöne gold effekte wir haben hier eine gesamte nm von 120 gramm wir haben hier eine 2020er charge richtig richtig schön wir gucken uns noch mal die raketen genauer an sehr sehr schön verarbeitet sehr sehr schönes design eine rakete 20 gramm das maximum was in f2 raketen erlaubt ist ein sortiment aus sechs raketen mit neuartigen schweifausstiegen zu saturn effekten aus leuchtsternen bouquets mit passendem ring ja leute ich bin sehr gespannt wie diese raketen sein werden wir haben hier noch einmal eine ganze auflistung von den raketen wie diese dann so am himmel aussehen beziehungsweise welchen effekt sie haben und ich würde sagen die testen wir jetzt und damit wünsche ich euch ganz viel spaß so nun haben wir die saturn raketen ich würde sagen ich schmeiß mal eben alle schönen raketen da rein so jetzt haben wir die saturn raketen wir fangen an mit der goldenen richtig schön machen weiter mit der roten alter richtig schönes ding letztlich ist die weiße das ist dann nicht mal saftiges crackling als nächstes die blaue dann die violette sehr schön weiß blinker und zu guter letzt die grüne alter schweine richtig sexy leute gibt dem video da noch um und lasst ein abo da auch mich mir du auch vor jetzt som auch